Willkommen bei Finja und der Straf-Fail. Also in der Sendung geht's um Bubble Tea. Um die Teep-Size. Bubble Tea. Ich bin dafür, dass du um die Teep-Size gehst. Die war also uninteressant. Teep-Size. Also ich finde das ist zähig, ich brauche dich schwingen. Oh ja. Und die Kugels sind geil. Teep-Size. Und was bist du? Für die Teep-Size. Ich bin dafür, dass du gerne von Big Flicks gehst. Ja! Sie wirft uns mit. Fett. Aufmerksam. Spass. Sie wirft uns mit. Es geht heute um Bubble Tea. Ents Jahr. Wie ist das aufziehen? Ents Jahr? Tragisch heiß. Wie heißt denn das? Dingsbums. Dingsbums. Das war sein Finger. Ja. Wurscht. Jetzt war er nur der Finger. Danke. Nicht gleich so Selbstwertgefühlen aufbauen. Was heißt denn das jetzt? Genau. Also du hast kein Leben. Du hast kein Leben. Ja. Ich hab auch kein Leben. Tja. Luschi. Wenigstens hab ich so viel Leben, dass ich Musik mach. Oh Gott. Dafür hab ich so viel Leben, dass ich Singern kann, ja. Ja. Na und? Deins war es aber nicht so ne meins. Ja doch. Wenn man nämlich ein Singer kann, ohne dass man ein Ding ist. Ja dann singst du eine Kapelle. Aber sonst. Sing ist nicht so ne Musik. Ja ja. Geh mal die Brille rein. Ich mag es mal aufsetzen. Jetzt stück ich mal noch mal. Das ist wie bei unseren Behinderten seinen Rüchte wegnehmen. Wie ist das am Englisch bei unseren Kurs? Das ist ein Kaas weiß wie so auf einem Bier. Das war es gut. Es ist kalt. Es ist kalt. Es ist kalt. Sie wurde angeskalt. Ja. Angeskalt. Den 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 den. Ich ohne Kappe schau in mich scheiße. Na scha bis was. El Schirr. Ist was ich kappe? Ja. 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 Ich weiss wunderschön. Nein. Spatz. Okay. Und was geht es jetzt? Was wird hier mit? Der ist doch. Der ist doch. Na. Seht ihr es? DJ Fax. Ich bin cool. Na warte schau. Das zieht man nicht so. Komm noch mal hin. So wird die behandelt. Die hat Gewalt im Alltag. DJ Fax. Sie wirkt mich. Okay. Okay. Jetzt kannst du auch fangen mit was andern. Die Teepreise? Die Teepreise. Ich bin dafür, dass die Teepreise durch die Mehrwertsteuererhöhung in Südwestkimo und die Teepreise hat und die Teelepik. Ja. Das hat mich gelebt, oder? Nein. Wenigstens unser Lina's gepäut. Für was ist das ganze Video ja nicht gut? Und ich weiß es nicht? Für wenigstens unser Lina's gepäut. Wo? Sogar sie steht es auf. Voll. Ja. So ein bisschen. Ich hab's gesagt. Wirkliches? Wirklich. Wie ist es nun hier vor? Ich hab's gesehen, du du. Du wappler, du du. Du schaum, du so Blämmi. Spuck dir alles, du Blämmi. Nicht schon wieder. Oh, es ist so hoch. Ja. So ein hohes Humpet. Oh. 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 Wie war's? Wo war der Boden nicht so hart? Also. So circa im Laufe der vier Wochen kommen dann Videos einig. Wo es dann um. Also Gänge in die Waldgänge. Cool. Soll ich.